Josy? Jawohl, Chef. Holen Sie mir 117. Hubert, Sie sind der Beste, oder nicht? Würde ich bejahen, würde das überheblich klingen. Würde ich verneinen, müsste ich lügen. Hubert, was wissen Sie über Afrika? Die Afrikaner sind fröhlich, sympathisch, sie tanzen super. Perfekte Analyse, Hubert. Ich zähle auf Sie. Beweisen Sie Fingerspitzengefühl. Unsere Freunde beschweren sich über Rassismus. Präsident Bamber empfängt Sie um 16 Uhr. Perfekt, dann schlüpfe ich noch schnell in meinen Kolonialanzug. Den weißen, den hellen. Den hellen, meine ich. In ein paar Tagen gebe ich einen Ball im Präsidentenpalast, um die Unabhängigkeit zu feiern. Unabhängigkeit, ja. Da war doch was. Darf ich vorstellen? OSS 117. OSS 1001. 117. Der wahre, der einzigartige, die Legende. Aber ich arbeite immer alleine, das wissen Sie doch. Diese Mission werden Sie für mich gemeinsam ausführen. Die Rebellen haben vor, Bamber aus dem Weg zu räumen. Sangaue Bamber ist ein skrupelloser Diktator. Das ist der Grund, warum wir das Land übernehmen wollen. Dieser Rat einen Haken. Einen ganz gewaltigen. Sie sind eine Frau. Und eine Frau als Präsident. Ich bin Geheimagent, kein Kindermädchen. Der Anblick täuscht. Alles unter Kontrolle. Er ist ein bisschen müde, aber das wird schon wieder. Spitzenmäßig, oder? Gerade hat er alles versaut. Falls das ein Plan ist, wird er ihn mir erklären müssen. Gerade fällt es mir schwer, seine Strategie zu verstehen. Auch die gefährlichste Spezies hat ihren Fressfeind. Ich bin der Fressfeind. Aber Sie haben keine Munition. Schon. Aber woher sollen die das wissen?